Hast du Overwatch? Nein, hat er nicht. Ich nehm es übrigens auf. Ich auch, ja. Erstmal, Angriff, ja ja, ganz klar. Spielt man im Angriff den Reaper. Angriff, ja ja, ganz klar. Da spielt man Reaper, das weiß ich. Oh, Widowmaker. Mit der ich alles wrecken werde. Du vor allem. Ja. Sie hat das Hohlkreuz und nicht den Stirnnacken, Alter. Ein Schiss, ein Treffer. Oh ja, hier ist noch ein Bibliothek-Singer. Du wirst wahrscheinlich genauso viele Shots kriegen, wie ein Antialkoholiker auf einer Party. Ich hab's auf Aufnahme. Ich auch. Hast du die Stille gehört? Oh ja. Komplett geraustet. Haramble ist umsonst gestorben. Wir hätten einfach das Kind... Das heißt auf die... Es gibt Millionen Kinder auf der Welt. Es gibt nur einen Haramble oder was? Ja, scheiße auf die Kinder. Haramble. Ja. Also nicht scheiß auf die Kinder, sondern scheiß in die Kinder. Also die Tiere brennen. Ja. Jünger. Dort ist linke Seite vorbei, ne? Ach, Matthias. Ja, das kannst du auch nicht früher sagen. Wenn ich rechts irgendwo krammle. Oh, ja, ja. Der Winston killt dich gleich. Hä? Wo? Wird irgendwo angeschossen. Und, Mati, wie war dein Sylvester so? Ja, natürlich kacke ohne dich, Jani. Hä? Wo war der Hanso, hä? Wir sind zusammen gefeiert, ne. Achso, der war noch mal eins über mir. Lol. Jani, was hältst du von Langosch? Äh, er ist super toll auf der Kirchweil. Weil Jani weiß, dass Langosch ist, okay. Hey, Jans, gib doch unsere Kraft hier. Wir müssen ja in den ersten... ...einen Point einnehmen. Hä, hallo? Ey, Jani, was machst du? Hä? Was ist so? Ich hab mich bei Counter-Strike eingeloggt und ich level meinen Account jetzt auf, ähm... Private-Strike-1 oder so weiter. Achso, dein... Halt's auf, die ist nicht gerafft auf. Das hat jetzt nicht einfach geklappt, oder? Ich hab sie halt... ...gegeholt, wenn sie zurückgekommen sind. Was kostet ein Overwatch? Äh, 30 Euro momentan. Was? Das ist jetzt auch teuer? Nein, ist nicht teuer. Man ist noch mal da. Wird das noch teuer? Ja, 40 Euro. Ja. Das reduziert momentan. Der Helben. Die Helben hat einen kleinen Pipi-Mann. Hat er auf Aufnahme. Habe ich auf Aufnahme? Habe ich auf Aufnahme, ja. Ich höre als Empire State of Mind. Oh, der ist so low, der Bastion. Ja, nö. So low. Ey, der Haram wird so über low. Oh, der ist safe. Ey, Mann, safe, safe. Ey, habt ihr eigentlich die Heizung ausgesteckt? Nein, Mann, die ist an. Heizung immer an. Mati? Hä? Welche Heizung? Äh, in meiner Hütte. Oder seid ihr gar nicht runter? Also, wir waren in der Hütte. Ich bin gegangen. Keine Ahnung, was Kuro gemacht hat. Hm, okay. Ich bin erfroren. Er rennt halt auf den Spot, oder? Ja. Ich bin so froh gewesen, ne. Ich habe heute, ich habe ein Kopfkissen und eine warme Decke heute. Ich werde heute so gut schlafen. Alter, ich bin gestern. Schau mal, ich saß gestern von halb 6 bis halb 7 bei minus 5 Grad an der Bushaltestelle. Warum? Ja, weil ich... Nein, ich hab's nie geklärt. Ähm, dann... Nein, ich hasse das. Dann... Wahrscheinlich. Dann saß ich von halb 7 bis halb 8 vorm Heizlüfter, bis ich meine 10 wieder gespürt hab. Jan, du machst nichts wegen der Wall. Dann wollte ich eigentlich ins Bett und schlafen, aber mir war dann schlecht und dann konnte ich nicht schlafen. Oh, wir haben gewonnen. Hä? Wie war das? Nicht ernsthaft, oder? Hä? Du kannst nicht glauben, wie hart ich gestruggelt habe, von dir zu mir zu kommen. Okay. War es so schlimm? Das war brutal, ey. Ja, das war der Gegner. Ich hatte in etwa den halben. Was? Ja, das war alles am Anfang. Wow, der Name. So, Junho. Er hat erstmal tief geht. Ich hab ihn nicht da oben gerafft. Ja, aber warte, welches hat... Hä? Äh, meins halt. Achso, ja, siehste. Ist wohl was anderes. Ja, aber das war so viel zu lustig. Am Ende kennst du die Story schon von... Wo wir oben waren? Hab ich dir das schon erzählt? Ich mein, hab ich ja nur 42% und so. Haha, nein. Du bist slow. Ein Sturz ist gut. Und drei Goldmedaillen. Wo am Ende... Das muss ich sagen, das haben wir tatsächlich einfach fett verpennt. Das hat tatsächlich nichts mit dir zu tun gehabt. Da waren wir einfach alle zu Hacke. Ja, das muss dir echt leid tun. Ja, tut's mir auch. Ne, aber als wir dann bei mir angekommen sind... Ihr wisst schon, dass wir aufnehmen? Ne, hast du nicht. Okay. Also schau, das war da so... Da war dann so der Jan Heidinger. Ich hab kein Interface. Und der hat dann so mein Meerschweinchen gestreichelt. Und das andere hatte dann auf Kamera erwürgt. Und jetzt kannst du dir ganz viele rote Kreise um seinen Hodensack machen. Gott, ich hab äh... Ich hab Finges. Ich hab kein Interface. Ja. Ja. Wolltest du nicht irgendwie eine Story erzählen? Ja, war's doch. Es geht nur um Clickbait. Es geht nur um die Klicks. Du hast das Prinzip von YouTube noch nicht verstanden, Mati. Ganz viele rote Kreise, anfällige Titel und Titten. Ja, ich wollte schon auf der Thumbnaitit machen, aber es hat nicht draufgepasst irgendwie. Das ist voll die Titten von Katja Kratzerwäsch. Was ist so ne... Oh fuck, mein Pizza ist fertig. Ey Jungs, ich hab mich grade... Ich hab grad mein Mikrofon gesehen und bin daran erschrocken. Wie viel hast du gesoffen, Alter? Ich bin langsam wieder nüchtern, glaub ich. Ja, Ani ist echt. Man hat Angst vor dem Mikrofon. Ja, ladet mich mal einmachen, ihr Obsterkinder. Äh... Ich will kurz was schauen. Was heißt eure Meinung zur Botafilie? Ich schau mir meine Highlights an. Schau mir meine Highlights an. Was? Siehst du die jetzt auch? Jan, oder? Okay, das ist kein Highlight. Leute, ich kotze gleich. Oh no! Schüsse gefeuert. Ich baue mir jetzt eine Flaschenbombe. Ich hole den Punkt. Keine Sorge, das machen wir zwei Fegern. Das war halt zehnmal krasser, was der Han so gemacht hat, was ich der gemacht hat. Ja, Leute, das ist eure Meinung dazu? Ich hab mir gedacht, Ani, das nehmen wir nicht. Äh, kommst du mal rein, Stutz? Ey, Jan? Nee, das war drin. Ich belasse. Ja, okay. Jan? Du hättest aber gestern schon kommen können. Nee. Wir hatten alle Aids gestern. Ja, Stutz, du kommst nächstes Jahr auch mal bei uns vorbei an Silvester. Ey, ihr habt sowas von was verpasst, ne? Der Stutz, so als harter Partybibel. Ja, ohne Scheiß. Für'n Jan wär's richtig was gewesen. Für'n Jan wär's echt was gewesen. Alter, mein Titel ist Storytime mit Jani, Alter. Hä? Hä, Storyboard mit Jani, warte. Ja, wir sind geil. Für den Scheiß da mit Nico, oder was? Unterwegs zur Route 66. Wenn sie nicht weg wären, ne? Ja, und dann. Haha. Ich glaub, Jani hat nicht gerafft, dass wir aufnehmen, oder? Ich glaub, ich gön mir meine Runde Roadhog. 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 oder was wir aufnehmen? Was? 2. Ist der oder? Echt krall im Hintergrund Ich auch Na was isst du? Wie schon gesagt diese Haribo Kirsche Mach mit Facecam Stutz Auf jeden Fall deshalb Ja weil Jan im real life keine Titten bekommt Sagt zu mir Andi der fette Sack aus der neunten Oh Das war Das 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 ist Argg Billers Ich hab schon so einen Blockt mich da Äh Rohtog, das ist Jan Danke Wegend dir hab ich nichts gesehen Wenn wir das Spiel verlieren, haben wir wegen dir verloren. Haben wir wegen Jan verloren, wenn. Ja, meinst du. Ja, wir verlieren aber jedes Spiel wegen Jan. Und so, ich esse jetzt auch auf der Enderaufnahme. Ich finde das so geil, dass diese Roadtruck-Hooks so OP sind. Du kannst sie einfach aus ihrer Base rausholen. Weißt du, was auch OP ist? Die Mates wegzubaiten. Nein, die püken von allen Seiten. Doch, ein Kill. Ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt hiermit das langweiligste ist. Erst recht, nachdem diese Storyteller da weg sind. Einfach weil... Es ist einfach null Unterhaltungswert oder so. Es ist aber nur Gameplay. Und wir reden. Ein bisschen über das Gameplay. Wow, GG. Aber wir reden ja nicht mal gut. Warum haben sich eigentlich die beiden Storyteller verpisst? Keine Ahnung. Wollen sie irgendwas... Die mussten die Storyteller putzen. Die mussten die Teile blank putzen. Ich hab schon mal der Old Claw. Jan, die Reaktionen darauf sind immer das Wichtigste. Ja, ich weiß schon. Nein, Reinhard, nein. Ich bin down. Nice. Und warum? Weil ich dich gebated habe, wenn ich mich gejielt habe. Wir wollen das. Du bist halt echt so ein Hurensohn. Du stehst da, Alter. Jan ist der größte. Oh, fuck. Mein Geschütz. Ich stehe da unten. Mein Geschütz. Oh, mein Gott. War der jetzt kacke. Okay, er macht einen Cliff Charge. Nein, ich wollte ihn doch runterhucken. Das ist ja einfach ein Stutz. Als Reinhard immer das Schlimmste, was du machen kannst. WUKUREYAAA! Das Schlimmste, was du machen kannst, als Reinhard. Versuch, hier einen Roadhog runterzuhucken. Er runterzuhucken. Ich hab ihn noch gekillt. Ich hab's so zu erzählen, Leute. Du hast die Gegner aktuell in 180er haben und wir sie grad rasieren. Ja, weil der 118er ist auch low. Ja, und der spielt so ein Yatta. Ja, eben, deswegen. Obwohl sie ein Yatta hat ein Highlighter. Oh, die Winomaker, Mann. Der wird 118er Supporter. Ja, wir haben alle uns wohl. Guckt mal, Tap. Ja, aber wir brauchen sie nicht, weil die Gegner nicht los sind. Oh Gott, ist der low. Der hat sich mit meiner Ult fast nicht gekillt. Ich hab dich im WC. Der Typ schafft es halt teilweise nicht mit seiner Ult zu aimen. Da oben steht ne Widowmaker. Unsere Mai sieht sie. Dreht sich oben und rennt wieder weg. Haha. Oh, ich brauch Rüstung. Easy. Head's up, Mann. Warum schon wieder so schnell? Alter, ich mach kurz so eine Erkundungstour, ne? Das ist unglaublich. Nein, das war das sloweste Battle der Welt. Die Zuschauer denken sich jetzt so, ja. Äh, der kommentiert ja kaum. Das würde er ja nicht hochladen, aber ich lad's einfach hoch. Ja, ich auch. Lass uns aber jetzt die ganze Zeit durchlabern. Irgendeine dumme Scheiße. Äh, Jan? Du hast doch die ganze Zeit, du laberst nämlich nur dumme Scheiße. Boostet, boostet, ich bin grad boostet. Gerade? Ja, alle deine Witze. Das ist ja nicht so, als wenn es deine Witze sind. Meine Roadhogs-Hooks sind mal wieder on point heute. Weil sie auch so schwer ist mit Roadhogs treffen. Ne, ich mein, die sind richtig kacke. Ja, genau. Deswegen mein ich ja, weil sie auch so schwer ist. Genau, Tracer ist der Anti mit den Personen. Bleibt einfach am Spawn stehen und spammt ihren Emote. Ey, Mann, ich will doch nur mal nach da hinten. Komm, Andy, mach mal was. Weil ich instant down bin. Ja, der Jan macht halt nichts. Ja, aber Jan. Wir treiben, wir haben immer noch nicht uns ruhig genutzt. Jan baited her. Ja, sorry. Nobody can cross, bro. Nobody can cross, bro. Ich gehe nach Julio-Maker, Mann, die ist krass. Äh, haben die schon. Jan, willst du mal was schaffen, oder? Ich hab geultet. Ja, ich hab auch gefragt, ob du was schaffen willst. Nicht, ob du ultern willst. Andy, deine Ulfsch. Ähm, so geht keiner down? Ähm, wieso geht keiner down? Ähm. Tanks haben gerade fliegt. Hä, die wurden alle direkt wieder hochgehealt. Ja, von der Ult vom Senjata. Als ob der gerade geult hatte. Ja. Wow. Ja, wow. Ich hab halt die angegriffen, die kein One-Hit waren davon. Da gehe ich sicher nicht hin. Wenn ich da instant down gehe. Mann, ich kann so nicht spielen. Wir sind ja im Blick klar. Uns beeilen. Äh, ernsthaft? Die nerteste Ziel? Was? Der Einsatzteam Alles klar Haben wir überhaupt einen Healer in unserem fucking Team? In unserem fucking Team Okay Rüstung? Easy Ich brauche nochmal Rüstung Komm her mein Geeper Schiffe Da steht ein What the fuck, wie viel Schaden macht der Senyatta? Senyatta hat gerade sein Ult eingesetzt Da ist ein Reinhardt und die schieben den Wagen weiter Die schieben den Wagen Leute Oh ne Ob wir pünktlich ankommen Das war geil Das war die geilste Ult der Welt Das war die geilste Ult der Welt Das war die geilste Ult der Welt Okay Da fliegt erstmal rein Okay So weg der mit dem Reinhardt Wir können es noch schaffen Wegen deinen Ult von Dingen Ja Prost Boah das ist das langweiligste Gameplay was ich glaube ich je gemacht habe Ja auch Ich habe noch nie Gameplay gemacht Vor allem wir reden auch nicht Nö No Und das sage ich jetzt auch nör weil du einfach du bist Ne Komm krieg sie weg da Alter ich würde es nicht noch verlieren Warte für die Längerung An sich das Gameplay mean Megalame Aber das Game ist lustig Spannend Die Widowmaker schaffen den Weg Wann musst du Kino halten? Oh ne, weh. Ich bin auf dem Spot, mate. Ja, ich auch. Haben wir es gewonnen oder verloren? Ja, wir haben gewonnen. Was?! Wir haben gewonnen?! LOL! Ich hab' mich alle verbisst von dem Spot. Der Reinhardt ist halt am Ende noch hingedasht. Highlight des Spiels. Boah, Thorpe. Das Langweiligste der Welt, Alter. Boah, wenn's nicht verpackt wär. Du bist all die Assists, er hat all die Assists für den Kills. Aber die drei Kills waren nicht geil, ne ne. Nur die Assists. Los, Alter. Ich kann halt, mein Spiel ist halt verpackt wie die Hölle. Ja, mich, mich. Du bekommst die Kills, ich hab' und bist MVP. Play of the year. Play of the year. Hehehe. Ah, es ist verpackt, Mann. Und der Welt macht alle Kills. Beenden und speichern? So, jetzt hab' ich meine Aufnahmen für heute. Ja, ich auch. Ne, ne. Ja. Ja.